Herzlich Willkommen zu Mira Lobe Sommer singen. Das ist dieses Jahr ohne Schüler wegen Corona. Ganz alleine mit Herrn Meier. Und was machst du da, Herr Meier? Himmel und Hölle spielen? Das kenne ich noch. Kommt denn was Schönes dabei rum? Mal gucken. Das gefällt dir. Gitarre spielen, Na klar! Na 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 na. Na 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 na. Ferienzeit. Na 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 na. Das ist die beste Zeit. Na 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 na. Ferienzeit. Na 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 na. Nur Ferien weit und breit. Na 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 na. Lange spielen und spät aufstehen. Nur tun, was mir gefällt. Keine Hausaufgaben machen, ist das schönste auf der Welt. Ferienzeit. Na 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 na. Das ist die beste Zeit. Na 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 na. Ferienzeit. Na 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 na. Nur Ferien weit und breit. Na 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 na. Ferienzeit. Da geh ich ins Kino. Ferienzeit. Da schlaf ich richtig auf. Ferienzeit. Ich lese viele Bücher. Ich lese viele Bücher. Ferienzeit. Ich geh am liebsten raus. Ferienzeit. Na 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 na. Das ist die beste Zeit. Na 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 na. Ferienzeit. Na 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 na. Na 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 Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Freiwilligen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeitende, in diesem Jahr alles digital, aber dennoch von ganzem Herzen möchten wir uns verabschieden in die Sommerferien und wünschen allen, allen alles Gute und vor allen Dingen denjenigen, die nach den Sommerferien aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr bei uns sein werden, die besten Wünsche für die Zukunft. Alle Winterkinder, die Kolleginnen und Kollegen, die im Januar, Februar oder März Geburtstag haben, denen wünsche ich schöne Ferien, bedanke mich für das letzte Jahr, für die viele Unterstützung und überreiche euch das hier. Allen Kolleginnen und Kollegen, die im April, Mai oder Juni Geburtstag haben, wünsche ich schöne Ferien, sage danke für das vergangene Schuljahr und bitteschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, den Geburtstagskindern der Monate Juli, August und September wünsche ich persönlich alles Liebe und alles Gute und die Erfüllung der höchstpersönlichen Wünsche. Allen Geburtstagskindern der Monate Oktober, November, Dezember wünsche ich alles Gute und überreiche euch und ihnen diese guten Wünsche. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe jetzt hier auf dem Sportplatz, Herr Mayer auf der anderen Seite der Kamera, weil in diesem Jahr alles völlig anders ist als sonst und wir uns von ihnen auch auf diesem Wege verabschieden, weil wir uns leider nicht mehr alle zusammen in der Gemeinschaft treffen dürfen, sondern nur noch in kleineren Gruppen. Es ist mir ein ganz besonderes Herzensanliegen, Ihnen allen für die gemeinsame Zeit, die wir virusbedingt in so unterschiedlichen Konstellationen, Homeschooling, Präsenzunterricht, ohne Ganztag, mit Hausbesuchen, mit Telefonaten, mit digitalen Formaten, dass wir die Zeit so verbringen konnten, ist ganz groß ihr Anteil gewesen. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich auch an vieles neu gewöhnen. Ich glaube, wir haben gemeinsam ganz viele neue Dinge auch geschaffen, denn die werden wir auch in Zukunft benötigen, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir nach den Sommerferien Schule so machen können, wie wir es Jahrzehnte gewohnt sind. Wir werden hoffentlich alle gemeinsam wieder in die Schule kommen können, aber unter welchen Bedingungen wird sich leider erst in den Sommerferien herausstellen können. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz, ganz, ganz herzlich für Ihren Einsatz, Ihr Engagement und Ihr Herz, die Schülerinnen und Schüler auch in dieser schwierigen Zeit so zu begleiten, wie sie das alle getan haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute und ganz besonders erholsame und schöne Sommerferien. Ferien, 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 nichts zu tun, Ferien, um mal auszuhu'n. Lang hab ich mich drauf gefreut, Ferien gibt es heut. Frei bin ich und so vergnügt, weil es Sommerferien gibt. Ich mag Sommer, Sonne, Sand, ein Sonnenbad am Strand. Ferien, 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 nichts zu tun, Ferien, um mal auszuhu'n. Lang hab ich mich drauf gefreut, Ferien gibt es heut. Reisen um die halbe Welt, einfach tun, was mir gefällt. Wandern, baden, spiel' uns Spaß und faulenzen im Gras. Ferien, 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 nichts zu tun, Ferien, um mal auszuhu'n. Lang hab ich mich drauf gefreut, Ferien gibt es heut. Einer schwitzt im Wüstensand, andere fahr'n nach Ameland. Einfach mal was anderes sehen, wer kann das nicht verstehen. Ferien, 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 nichts zu tun, Ferien, um mal auszuhu'n. Lang hab ich mich drauf gefreut, Ferien gibt es heut. ki, Luis dearden, Temur, ein paar Stunden, Ferien,にiheb Geschäft. Vielen Dank.